go Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Test Drive Unlimited 2 mit dem Peter Du verhängst wohl echt immer welche Games wir spielen Heute mal mit Klassiker Das haben wir schon mal gemacht Ich mit deutschem Klassiker Ich mit dem Jaguar E-Type Du hast ein Ferrari Nein ich hatte es Letztes Mal hatten wir das mit dem Jaguar E-Type E-Type, ja genau Du mit deinen Englisch Skills Alter was ist denn die Top Geschwindigkeit von deinem Auto? Nicht viel Der ist nicht gebaut zum Rasen Das war eigentlich früher so das Blöff-Auto Und vor allem der fährt sich wie ein Traktor Kostet zwar jede Menge, aber fährt sich wirklich wie ein Traktor Im Fall muss man den immer in den höchsten Drehzahlen fahren, dass da ein bisschen was vorwärts geht Woho Warum ramscht ihr denn? LOL Bei mir sind die Bremsen oder so ausgefallen LOL Komm fahr da vorne Retturgang und alles ist gut Genau Wann mal ich mach mal Ey was ist das für ein Autohändler? Keine Audi Audi Okay ich mach kurzen Ich mach kurzen Ziel zu welchem Autohändler willst du? Äh europäische Tuner wie schon mal erwähnt Äh äh Europäische Tuner Tuner britische Waschanlage Das ist lustig Hier drinnen geht der Drehzahlmesser noch bis 6500 Jetzt schaut von außen 7000 Äh hab ich nicht Was für ein Autohändler willst du? Autohändler Ich geh mal kurz schauen was ich noch brauchen kann Äh Hab ich japanische per Zufall? Ne hab ich nicht Also das mit dem Nissan Nutzer GTR Doch den hab ich schon Den mit dem GTR Ah Äh es gibt doch Na ne Straßenkraftretter Wär noch was Aha für die DLC Genau ich hab die ja schon alle Ja Ich Ziel GPS mach ich mal Und dann fahren wir dorthin Wo bist du? Bei mir geht der Text Bei mir auch Ich bin ja direkt hinter dir Lol Ja das hast du jetzt auch gerade in Text geschrieben Einen Klassiker Truck müssten wir mal machen Ich weiß eh dass du gewünsch Können wir mal ausprobieren Garantiert Müssen wir mal auf eine Gerade Ja können wir nachher gleich Auf die Autobahn glaube ich Ah ok Ja meiner fährt sich auch wie ein Traktor Meiner nicht Äh lol der hat keinen 16 Gang Ich glaube ich Ich hab 5 Oh Tempomat wäre jetzt nicht schlecht Hast du voll Spaß mit Pagani Wie man den Hochdreht Und ich fahr grad wie besoffen Dann trinkt nicht so viel Ich kann auch nichts dafür Da vorne kommen wir auf die Autobahn Die driftschleuter Autobahn Komm noch ein bisschen vor Ja dort wo die zwei Spuren sind Genau Ich bin links Nö Doch Ich bin links Lass stehen Nein ich darf nicht berg hoch Warte mal kurz Ah So Perfekt 5 4 4 3 Oh abgewirkt 5 4 3 2 1 Go Das war sowas von klar Oh ich strick voll auf die Tube Was? Ja ich strick voll drauf Ja ich auch Okay das hätte ich jetzt nicht gedacht Wo bist du? Hinter dir Okay Lol du hast kein Internet mehr oder so Ich sehe dich nicht mehr Doch ich habe noch Internet Ich habe jetzt TTT hereingeschrieben in den Chat Okay sehe ich nicht aber es egal Aber ich habe noch Internet Weil sonst werden wir nicht auf TS mehr Du hast kein TDI Internet mehr Was ist eigentlich Top Speed von diesem Ding? Ich test nur mal 200 53 Ja wohin jetzt? Ja wollte er rechts abbiegen und dann wieder links und dann nach vorne und dann nach hinten Dann rein raus Filmstatt eigentlich doppelt? Ja Ah da vorne bist du 0,8 Okay ich meine Top Speed ist 260 61 Fast Ich fahre immer im roten Drehzahlbereich das Ding aus Ja ich jetzt auch Bis nichts mehr geht Jetzt Top Speed ist das Ding hier bei 370 oder Äh 270 oder so für so ein altes Teil Dritter Gang voll ausgedreht und der geht nicht in Drehzahlendbereich Lol Der vierte Gang ist eigentlich für nichts mehr gut Jump Weil wenn ich im zweiten Gang voll durch die machte Wäh ne 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 Aber im dritten Gang? Nö So jetzt drehen wir mal das Ding voll aus Hast du schon mal gesagt? Ja Mach ich nochmal 270 Fast Komm schon Einer geht noch Einer geht noch ein Ja doch jetzt macht er Wenn ich ne 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 Jetzt wieder nicht mehr Doch Oh 269 ist Top Speed bei meinem Okay ich bin bei 238 Oho Ich habe jetzt gerade das Getriebe oder hätte jetzt gerade das Getriebe gestoppt äh gestoppt Geschrottet Ich hätte meinen Motor schon in die Luft gejagt das könnte sicher sein 252 ist Top Speed Ich fahr grad mit 100 um die oder 110 um die ähm um den Kreisel Voll eingelenkt Ne komm verpiss dich du scheiß Spacko da vorne Wenn du kommst dann sagst du es Ja komm schon Okay dann einmal um den Kreisel ohne mich reinzufahren Warum? Ich fahr hier wieder Was ist im dritten Gang Top Speed bei dir? Weiß nicht so 220 oder so 222 Echt im dritten Gang Ja der hat hier noch 4 Ah bei mir 158 Ich komme im zweiten schon 144 Im vierten komme ich auf Ich probier's grad aus Im dritten Im vierten komme ich auf Top Speed Und im dritten komme ich auf Das ist schwierig zum Ausfahren 218 17 Im vierten Gang Fünften Gang auf 270 So dritter voll 205 komme ich im dritten Oha Kurz nach hinten geschaut schon Crash Äh Als Info das passiert bei mir eigentlich nie für die DS Zum ersten mal schauen bei mir Naja bei mir passiert hin und wieder Hin und wieder passiert das bei ihm nicht Ja ne nicht ganz Da liegen überall kaputte TTO Autos rum Sorry Äh Ich hab ja Kupplung Ich steck voll rauf Jaja das war Dings Fünfter Gang Äh dritter Gang Voll ausgedreht Jetzt bin ich im vierten Gang Ich auch Wie schnell? Äh 230 Jetzt genau Top Brebsen Ihr Fahrtziel befindet sich noch drei Kilometer entfernt Ja, und bei mir voll Driftung. Äh, Driften geht mit dem... Na, wenn man dazu zwingt, Handbremse... Ja, ich hab aus Versehen, statt den dritten Gang in den ersten. Okay, den ersten, ja, Driftung. Schalt mal rückwärts, gar nicht. Nee, nee, nee. Und beim echten Auto geht das ja so leicht gar nicht. Sorry, wir können zur Vorzeit was schauen. Ne, Ausrede. Ja, stimmt. Ey, nur noch 1600 Meter Inferno. So, jetzt machen wir das mal, was der Peter immer macht. Was? Was? Ey, hier hat's deine Oklahoma-Menschen, ähm, Bikester. Ich will auch der jetzt, das müssen wir eigentlich bei mir mal machen. Sollen wir da mal reingehen? Ich bin schon drinnen. 303 Topspeed, 250, das ist sowieso eine Scheiße, 184 Höhen. 303. 303. Toll, und ich hab noch eine manuelle Schaltung drin, ey, das wird noch lustig, jetzt kaufen wir die Ducati. Wuhu. Ja, genau den, wo du jetzt draufhockst. Hol ich mir mal. Hupe. Komm mal raus. Nö, nö. Yeah, 85 Grad ist es jetzt. Dank mir. Oh nö, du hast ein anderes Auto, also nehme ich jetzt auch ein anderes. Ich hab gar kein Auto. Ey, ne, du hast etwas Schnelles. Das ist praktisch zum Donut machen, und in der Beschleunigung hängt das so ziemlich alles ab. Ja, ich hol mal was Kleines. Buggy? Ariel? Äh, woher weißt du das? Weil das klein und verdammt schnell ist. Weil ich das immer nehm. Alter, das Teil kannst du kaum mal anwalt schalten. Ne, ich hab den, ich hab den Spiker. Baaah. Alter, wie schnell geht das Teil? Die Bremsen sind genauso grausam. Hü. Hü. Cool, ich bin tot sozusagen. Ja, genau. Echt? Ne. Sicher hab ich das. Hallo? Das ist das einzige Auto, das dich abhängen kann. Ey, komm zu mir, ich will dich rammen. Komm zu mir. Komm erst mal hinterher. Komm zu mir. Äh, abgewirkt, sorry. Also, Offroad geht das Ding aber auch ab, wieso? Uah. Oh, wieso würd ich den nicht mehr ab? Nur wegen dir. Ich schau nicht. Oh, cool. Oh, cool. Oh, fuck. Ne. Oh. Ok, ich hab dich nicht erwischt. Aber das CDU-Auto hab ich erwischt. Äh, lol. Ich schrott einfach mal kurz ein 2 Millionen teures Auto. Mal richtig krass. Okay, ja. Uah. Mann, ist das halt schwer manuell zum Schalten. Alter, ich fahr jetzt schon 260, 70. Oh, nee, ich kann nicht so in die Kurve. Wuhu. Alte, Offroad geht das Teil aber auch nicht schlecht. Ich bin nah an dir dran. Nein. Oh. Nein. Du früge Schalt. Ich hab dich, Beschleunigung gleich schnell wie du. Wie du, ja. Boah, alter, ich kann nicht mehr fahren. Wuhu. Offroad, mit Königseck. Ich hab mir deutlich bessere Beschleunigung. Boah, ey. Ich bin die Karte. Wieso fahren die in der falschen Spur? Alter, wie krass kann man mit dem Teil fahren. Wir sind hier in England, nicht in Deutschland. Sprung. Ha, ha, ha. Sprung. Oh, Bus. Äh. Komm hier mal her. Machen wir mal eine Bus- und, äh, Feuerwehrautorahm-Challenge. Keine Ahnung. Donut-Challenge auf engstem Raum. Ja, mit, du mit deinem Motorrad. Ja, eben. Wo bist du denn? Oh, was war das? Hier siehst du überall Donuts auf dem Boden. Ich kann nicht mehr Auto fallen. Ich male jetzt, glaube ich, die Audi-Ringe schnell auf dem Boden. Ha, 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 ha. Doch. Könnte man zwar schöner machen, aber ja. Wo bist du? Hast du gesehen, was ich in dem Text, äh, geschrieben habe? Nee. Okay, dann hast du kein Internet mehr in, äh, TDIU. Was? Im dritten Gang Donut? Mit T.F. Was? Im vierten Gang auf 300 fast. 250, ja. Äh. Alter, wieso kommen die TDIU-Autos immer in die Spur? So, ich porte dir mal hinterher. Diese Hurensöhne! Ja, du bist da vorne, ja, ich sieh dich. 0,9, bleib mal stehen. Alter, ich bleib hier stehen. Was? Schon so schnell? Oh, oh. Ich würd mal Gas geben. Wohoho! Nee, ich bleib hier mal stehen. Ja. Bleib hier stehen. Nee. Nein! Alter, wie du schaltest. Naaah! Nee, ich komme dir nicht hinterher. Das ist das. Naaah! Tja. Naaah! Bei 300 kmh am runterfliegen. Naaah! Und weg bist du. Schon wie da. Naaah! Nein! Nein! Ich wusste es genau. Nur bei der Beschleunigung bin ich extrem gut dran. Oh, das ist ja total schwierig auf Whatsapp gleichzeitig und Autofahren. Oh, ich komme nicht dahin! Nein! Nee! Komm mal! Wow! Die Lage ist bei dir wohl auch nicht so gut. Was? Ich habe... Nee, ich sehe nicht. Äh... Da, 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 da! Wo bist du? Wir haben einen Donut, ich mache jetzt mal einen schweren Gang dran. Uff! Oh! Oh! Machen wir mal einen Mini-Drug. Ja! Eine Million gegen 200.000. Was? Eine Million? Äh... Nee, fast 2 Millionen, du! Aha! Ja! Gegen 220.000 in etwa. Okay, 5... Wie bist du? Ja! Schnell! Schnell! Okay! 5... 4... 3... 2... 1... Go! Ja, Motorrad ist immer besser in der Beschleunigung. ... Nou… ... ja das war es auch mit der kleine runde von runde von tdu2 wir hoffen es hat euch gefallen wenn ihr euch amüsiert hat dann lasst es doch in den kommentaren ein kommentar da oder wie man das sagen wir ja und ja dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal einen daumen hoch nicht vergessen